hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von portal 1 ja sind hier stehen geblieben bei diesem etwas komplizierteren video denke ich video über diesen etwas komplizierteren level und ich würde sagen wir verwenden jetzt mal diesen kopf wie ich da recht schön steht okay und das dahinten ist anscheinend aufgegangen also ich bin okay okay alles klar ich glaube dann gehen wir mal hier rein so alter nicht schon wieder diesen ball in die fresse kriegen okay gut so und jetzt glaube das war gut ich glaube da müssen wir nicht hin ich glaube wir müssen genau hier hin das heißt wir müssten jetzt da irgendwie reinkommen und die frage ist wie wenn sie sich ja noch zu erst mal rüber lol alter wir haben das alter jetzt mit zwei portale jammer dann wird das hoffentlich ein bisschen einfacher aber ich denke irgendwie nicht so jolo und die portale werden sich wieder genau habe es ja auch fachstum musik gibt oder sowas ja aber irgendwie schön wenn es ein ganz fachstum musik gefällt für ein fahrstuhl ok level 12 von 19 kein würfel an die fresse kriegen ok superman hier und hier rein aha das heißt die korrigation bewegt sich ganz einfach indem wir wenn wir hier zu zb runterspringen würden würden und würden wir mit der gleichen geschwindigkeit da wieder rauskommen ja so lehrt so oder so sagt nein jolo wo bin ich hier okay ich hoffe das bleibt jetzt ja und noch mal jolo ich bin daneben geschwungen ok jetzt aber ja 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 und fertig ok also wenn wir das jetzt gerade war ganz im ernst und was ist überhaupt das blow da oben das sieht vollkommen aus so ein bisschen wie das blaue total so 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 ein bisschen halt ja 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 das ist das das ist das ist ja mit back oder sowas ich glaube das spiel packt so ein bisschen ich glaube irgendwie nicht um ach das ist das blaulicht irgendwie ja aber ich habe keine ahnung was ist das ich komme da aber auch nicht durch oder wenn ich da jetzt so reingehe und irgendwie leckt das alles und hängt sich so ein bisschen auf was dann ja super ok dann haben wir es bis hierhin gespielt und eventuell ich habe keine ahnung äh Ich würde sagen, ich komme einfach im Internet nach, so ob das eventuell sonst auch so ist. Ich hoffe mal nicht und ich hoffe mal, ich finde irgendwas dagegen zu tun, weil sonst wäre das eine ziemlich kurze Folge. Also dann würde ich erstmal sagen, mache ich hier Schluss und verabschiede mich schon mal, aber ich gucke nochmal im Internet nach und falls es eine Lösung dafür gibt, dann werde ich das machen und dann wird diese Folge hier sowieso weitergehen. Aber ich sage trotzdem schon mal Tschüss und sonst, denn halt leider bis morgen, tut mir denn leid. Okay, also vielleicht bis gleich, also das würde ich dann sehen oder auch nicht. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.